Was ist der goldene Schnitt? Ihr habt hier eine Strecke A plus B mit einem langen Teil A und einem kurzen Teil B und auf dieser Strecke gilt quasi das A durch B, also die lange Strecke durch die kurze Strecke, dasselbe ist wie A plus B, also die gesamte Strecke geteilt durch A, geteilt durch den langen Teil. Das heißt, die beiden Brüche sind gleich und da kommt immer dieselbe Zahl raus und das ist die Zahl Phi und das bezeichnet auch den goldenen Schnitt. Die Zahl Phi lautet nämlich 1,6180, ist ein gerundeter Wert und die Zahl Phi ist so besonders, weil sie in ganz vielen natürlichen Phänomenen wiederzufinden ist. Mit der Zahl Phi und dem goldenen Schnitt kann man beispielsweise ein Fünfeck konstruieren, was auf den ersten Blick nicht so besonders klingt, aber extrem schwierig ist, das wirklich sauber zu konstruieren und auch in vielen Gemälden ist der goldene Schnitt vorhanden, beispielsweise von Leonardo da Vinci, ein sehr bekanntes Gemälde, das letzte Abendmahl, findet man den goldenen Schnitt und auch in vielen sehr altertümlichen Bauwerken. Viel Spaß mit dem Wissen und mit der Zahl Phi!